ARD Text im Auftrag von Funk Herzlich Willkommen zu Rick Lloyd zu Rainbow Six Siege mit Kunden in Sachse, Alex und Early Boy. Guten Tag. So, wo ist meine Klasse, die ich spiele? Was ist hier anders? Alter, warum ist das jetzt so strange? Ah, Blackbeard Elite Skins am Start. Guten Tag, guten Mittag. Warum haben sie die anders gemacht? Weil mehrere Klassen dazukommen, damit Platz ist. Ja genau, das muss man auch jetzt schon machen, damit die da hinten genug Platz ist. Oh, wir können vier Elite Skins im Angriff haben, oder? Ja, rein durchschlochen. Ja, Twitch noch, ja. Alex, du musst in Twitch noch spielen. Was hast du da für eine Waffe und so ein Ding da? Das sieht ja lustig aus. Was ist das? Hallo, das ist Poseidons. Ach lol, das stimmt, die haben ja Embleme davor, das sehe ich jetzt erst. Ja, aber Blackbeard hat irgendwie mehr. Nein, bei Slate ist das dahinter und bei Thurmind. Blackbeard hat das Ass. Ja, aber Blackbeard hat das Ass auch, der hat halt nur die Waffen und die Speer da noch. Peak Ass ist dabei. Blackbeard, ja. Erstmal Dalu anbauen, gleich. Hier sieht man, wer gerade Ingame labert, auch ein gutes Feature auf dem Scoreboard. Alter, die Hitboxen von der Drohne sind verbessert worden, man kann viel besser steuern. Alles ist besser. Operation Health, ey. Wie das abgeht, das Ding. Aber die Hitboxen sind wirklich krass. Kann es aber sein, dass sie eine Performance gepusht haben? Das meine ich jetzt ernst? Also das Spiel sieht flüssiger aus. Ich habe auch tatsächlich... Also das Spiel war schon immer flüssig, aber es sieht besser aus. Noch besser. Noch besser? Kann aber auch sein, dass ich so viele schlechte Spiele auf der E3 gesehen habe, dass ich das jetzt so gut finde. Ja, die waren auch alle 60 Frames und 4K. Ja, außer Forza, das war 16 Frames. Alex, geh nochmal rein mit der Drohne, ich brauche Points. So, jetzt Blackberry. Wo bist denn du? Komm mal her. Äh, was sagst du? Boardpoint? Ja, doch. Äh, gibt auch. Ja, sieht ganz nett aus. Ich habe auch den Elite-Skin genommen für die Waffe. Guerilla. Sieht ganz nett aus. Wenn wir jetzt nochmal den Bildschirm weiter ran, ne? Kennen wir? Oh, warum ist hier unten schon offen? Oh stimmt, muss ich auch machen. Ach, was? Hier unten ist auf, Leute. Nee, jetzt ist es zu weit lang, jetzt ist meine Nase im Bild. Bei Nacht ist das immer doof, ey. Bei Nacht ist immer voll gruselig und kalt hier in Russland. Na, mal gucken ob Jason kommt. So, sorry, Leute. Achtung C4. Jetzt bin ich da. Das war viel zufrieden, Noob. Noob, noob. Noob, noob. Die haben Schwulz. Der muss ja im Raum sein, relativ nahe. Er ist entweder oben oder hier direkt am anderen Raum. Ja, ich guck mal oben. Ich mach mal das Schild kaputt, sagst du? Ja. Au. Oh Gott. Von wo kam das? Von oben oder von... Ne, vor mir, vor mir, vor mir. Schwulz. Einer beim Sachsen. Direkt vor dir? Einer läuft, einer läuft weg, ja. Rechts weg. Nein! Links. Da wird zwei viel zu spät. Wenn du gleich nochmal schaffst, markier nochmal. Vielleicht seh ich ihn von oben. Alter, die Hitboxen sind der Hammer! Nicht! Hinten links ist da und Schwulz ist drin. Ich geh ran. Schwulz scannt. Wieso? Was ist das denn hier für ein Bock? Schwulz links ist ein Teige. Ja, ich hab ihn kurz gesehen. Oder? Ja, Schwulz links ist ein Teige. Ne, das ist ein Bärenfall, oder? Was ist denn das da vor dir? Ah, das ist Schild. Nein, das ist Müll. Schwulz vor mir. Oh, oh. Ja, wenn du ein bisschen rausgehst... So, ich hab heute den Challenge. Nur Headshot. Ja, Schwulz hat sich da hingelegt. Hat sich hingelegt. Hat sich hingelegt. Liegt immer noch dort. Immer noch dort. Das ist aufgestanden. Ja, ich hab... Bist du rein? Ich hab da die Challenge, nur Headshots zu machen. Ich hab so ein bisschen deinen Rücken... Hinter der Bombe, Alex. Oh, da schießt einer. Den nicht. Gesehen hab ich ihn auch nicht. Nur Headshots, hab ich gesagt. Challenge. Ups. Alex da drin. Oh, natürlich kommt der jetzt. Ich stehe ne Stunde oben. Einer ist oben. Nur Headshots Challenge. Ja, der andere kommt von oben. Der wird die Tür kommen links. Da ist er. Ja, der kommt da. Holy shit. Da muss ich leider abbrechen zu schießen. Da ist er in der Headshot geworden. Ich stehe ne halbe Stunde oben auf dem Dach. Und wenn ich reingehe, kommt er rein. Nö, nö. Wurde nicht getroffen. Alter, das sieht ja... Boah, das sah richtig gut aus. Also bestimmt einmal getroffen. So oft doch. Operation Health, ey. Die neue... Das ist ja nicht elektriert. Ist das alphabetisch jetzt? Ne, es ist bunt. Hast du irgendeinen Sinn? Ne, nach Release. Ich hab keinen Sinn so wirklich, oder? Nach Release. Also auf jeden Fall die... Valkyra, Severe, Echo und Mira sind ja die Letzten. So. So, das war ja schonmal nix, ne. Na, das war der Skin bestimmt von dir. Ich war mal wieder Time-Lucky. Wie ist denn der In-Game-Key für Push-The-Talk? Also der Key. Weiß ich nicht. Der Key. Ich hab noch nie In-Game mit den Bobos geredet, ey. F? N? Ja, F. G! Äh, G ist bei mir... Drück mich auf G! Ach, keine Ahnung, was Push-The-Talk-In-Game ist. Doch ist G! Aber das musst du dir nur, wenn du Impact-Nates hast. Ja, ja. Ich hab sogar G gedrückt, ich hab Stacheldraht in der Hand gehabt. Hahaha. Meine Hände ab, Tachse, 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 Tachse... Rrrrrrrr. Nochmal einer die Wand. Dich, bitte. Ich selber? DALU! Nein! Du brauchst die Wand! DALU! Ey, das ist so doof! Oh, die haben ne Twitch! Du Arschgeige! Du hast mich angeschossen! Oh, richtig viele dev 있습니다, ja. DALU! Nicht ignoriert das! Alex, hast du die Drohne schon? Äh, ich hab die Drohne, die erste habe ich. Seine Drohne, die hier reingefahren ist, hab ich auch gemacht. Ich glaube, ich kann sie sich annehmen. Hallo, genau vor dir steht ein Gegner. Aua! Ausweit. War wohl die zweite dran. Wirklich schon oder was? Nee, normal. Okay. Normal. Ey, Zigarre, hör ich was? Zigarre? Kann doch noch auf dem Dach da drüber sein. Ja. Auf dem Dach schließt irgendwas, oder? Ich fahr mal Zigarre rein. Der Dropper ist noch auf, also sind die draußen. Irgendwas ist meine Maus-Sens irgendwie anders als sonst? Ey, das hört sich so nah an. Jetzt ist der Dropper auf, oder? Ja, Dropper ist jetzt auf. 10, meine Maus-Sens wird sich schneller als... Was ist denn los? Ja. Sachse? Äh, Zigarre, kommt einer rein. Ne, eine Drone ist raus. Einer springt rein gleich. Jetzt ist er irgendwie in dem... Aber Treppe, steht einer auf? Er ist einer, aber... Sackt ein bisschen. Ich muss hier irgendwie stehen, aber dann sehe ich Zigarre nicht. Hä, ist bei euch die Maus jetzt auch? Zwei Leute. Einer Treppenhaus, einer Fenster. Und sieh mir, Alter. Fenster hinter dir auch sagst du. Jetzt steht sie... Ja, nice. Habe ich den Intim-Kill weggemacht? Da ist noch was gedroppt. Weiter geht's, du geht zu dem Loch. Nice, tot. Lachse, jetzt schieß nicht auf die Kamera. Das war eng. Das ist wohl nicht mal ansatzweise eng. Hey, das ist mir was übrig. Oh, ich hab den markiert. War grad jemand drin bei euch, ne? So, der letzte ist draußen. Hab ich markiert. Die ist reingesprungen und hat genau ne 3 abgekriegt. Kannst du hier noch was spotten? Ne, die Cam hat sie kaputt gemacht. Ah. Irgendwo draußen halt. Ah. Ewig. Nummer 5. Challenge accepted hier. Was macht der da hinten? Ich hab keine Ahnung was da... Wer war'n, du sagst du oder? Jetzt hier, nimm alle ne Elite-Skin. Ich hab keinen. Da hast du nicht Twitch? Ne, oder? Ne, hab ich nicht. Warum nicht? Ja, weil das Geld kostet. Wer spielt heutzutage noch ohne Elite-Skin? Sagst du, du hast Twitch, oder? Twitch als Elite? Wiss ich nicht. Oder... Wir müssen eigentlich... Ne. Ah doch. Aber es war zu spät. Also wer keinen Elite-Skin hat, ist raus. Gut. Okay. Tschüss. Und rein. Wieder dort. Good work. The Biohazard-Container has been located. La, la, la. Gute Arbeit. Machen wir mal, wie... Na, zweite Runde. Okay, dann können wir das nächste Mal ansprechen. Was denn? D3. Dass ich raus bin, ja. Weil du keinen Elite-Skin gönnst. Was ist denn das für ne Uhr? Meine Drohne hat die Uhr kaputt gemacht. Das ist ne Papp-Uhr. Ich bin da komplett durchgekommen. Da ist ja D3 ja schon mal aus dem letzten. Die nächste meine ich. Es geht um die nächste. Habt ihr Nintendo gesehen, als äh... Erste kommt die, ne? Super Mario 2 released. Der Nachfolger der Switch war krass, fand ich. Ja, dass die jetzt schon ne neue Konsole rausgebracht haben. Und die neue... Die ist mittlerweile schon drei Jahre alt. Der neue PC ist auch krass, der rauskommt. Von Nintendo der, ne? Ja. Genau. Nintendo PC. Mit so einem richtig geilen Nintendo-Betriebssystem, wo alles so voll fröhlich und bunt ist. Und du hast nicht diese blöde Klammer, die dir Hilfe geben will im Word, sondern da steht da Mario und so. Ich mag die Klammer. Ich vermisse die voll immer auf Arbeit. Ja, der hat doch dafür noch bezahlt, oder nicht? Ja, der bezahlt für die Klammer. Ja, der wollte ich halt sagen. Wo hält's jetzt da hin? Aber der kriegt auch immer ein Pop-up dafür. Ach ja. Ist bezahlt, will mir auch benachrichtigt werden. Ah ok, diesmal haben sie die Dings zu, aber halt gemutet. Warte. Treppenhaus ist blöd. Ah ne, die haben da ein Loch, C4. Und da ein Loch links. Early Ball. Scheiße, ich weiß nicht, ob der unten oder oben ist. Wo haben die ein Loch? Alter, warum hört man das so schlecht? Da, wo es markiert ist. Schreckliches Spiel. Ja. Warum haben die da oben ein Loch? Was hat denn das für einen Sinn? Da! Ja, was ist das für einen Sinn? Da hat er grad C4 durchgeworfen. Achso. Ja, hat er grad C4 durchgeworfen. Wir brauchen die super realistischen Sounds wie bei Counter-Strike. Das ist besser. Ja, möchtest du uns was sagen? Warte, bevor wir da jetzt reingehen, können wir noch ein Foto mit der ganzen Gruppe machen? Mit? Hast du so ein Zepter dabei? Ist das ne Flash? Warte, ich werd ne Nade rein. Ja, da ist keiner in den Tischen. Da ist noch keine Nade rein. Ist direkt am... Sachse, könntest du ein Stück move'n? Kann man... Da draußen eigentlich noch irgendwo ne Kamera... Oben ist der Jäscher! Wo hält denn diese Scheiß-Ding? Was? Zwei Leute sind. Einer ist im Raum, einer ist oben drauf. Kommt runter, steht direkt vor Sachse. Fuck, dein Schild hat den übelst großen Hit-Range. Ich kann ja nicht durchschießen, sag... Ja doch, jetzt gehts wieder. Äh, ist der Jäger grad runter gesprungen? Ja. Okay, der ist jetzt im Raum. Oh, hält das. Das war der Jäger. Wo ist denn die Scheiß-Jäger-Device, Mann? Warte... Puls ist auch drin übrigens. Ich mach mal die Stachel-Red kaputt, ne. Ah, shit. Yeah, you don't say. Wo ist diese Scheiß-Jäger-Device, Alter? Seh ich auch nicht. Oder seh ich noch nicht. Oder seh ich noch nicht. Du bist oben drüber? Ja. Rechts. Rechts hinten. Hinter dem Schild direkt. Äh, links hinten, links hinten. Naja. Ja, äh... So hier, da. Guckt aber in deine Richtung. Guckt aber in deine Richtung. Moved jetzt zu Eisenbahn, nicht bei Eisenbahn. Für sie meine? Eisenbahn. So schnell gar nicht hin. Okay, ja, aber jetzt könnt ihr erstmal aufheben. Geh raus, geh raus. Ja, bleib so stehen. Ich hab leider grad genau das Ash-Gerät in die Hand genommen. Ach so. Ich hab das Team-Gedget kaputt gemacht. Sehr ärgerlich. Wo war das? Stich? Echo-Drohne. Echo-Echo. Nein! Oh Gott, ich mach den Headshot. Direkt bei Sachse, Echo-Drohne. Alles nachladen. Ach so, die Echo-Drohne kann ja nichts machen. Alex passt auf Eisenbahn. Ja, ist alles zu hoch. Ich check inne. Sauber. Ist gemutet. Echo-Drohne drin. Echo-Drohne. Deadshot Nummer 6, 7. Der ist im Raum low. Ich nehm mal die andere Waffe. Nächstes Mal mit Black-Eared. Ja, Headshot Nummer 8. Ne, ne, da war einer, keiner. Hab ich gesehen. Den hast du gekillt, der keiner gewesen war. So. Ich hatte mich jetzt den Skin, den ich gerade drauf hatte. Den Black-Eyes-Skin, den gibt's demnächst auch. In den Packs. In den Alpha-Packs. Den da. Eine weitere schöne Runde. Rainbow Six von mir. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Begutachtet Early Skills nochmal in der Wiederholung, die ich gleich anhängen werde. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.